Horido, sagen wir da. Ja, Horido. Horido mit der neuen DJI Osmo. Ja, aber warum die nicht auf dem Dach liegen bleibt. Boah, Freunde, das ist arschkalt. Arschkalt, wir sind hier in Gent und lösen unser Versprechen ein. Wir machen für euch morgen, aber am Tage, das schöne Kastel. Wir gehen mal noch ein bisschen in die Stadt und machen noch so ein bisschen Abend und morgen früh geht es dann richtig ab in die Burg. Das ist eine Burg. Ja, ich kletter jetzt erstmal meine Jacke zu. Das ist so kalt geworden. So, Freunde, jetzt geht das 3-4. Und essen müssen wir auch noch. Ja, bleibt dabei. Wir sind bei Nacht. Ohne Worte ganz exklusiv auch bei Nacht. Alles für euch, ja. Wir prügeln uns da durch. Ein Klopper nach dem anderen hauen wir raus für euch. Ja, die Haare, die Haare. So, vorne. Jetzt geht das aber irgendwie... Nehmen wir jetzt noch ein bisschen was zu uns. Und dann, zack, ab in ein Hotel und morgen früh. Wir haben auch schon die Graffiti-Street gefunden. Da gibt es auch noch richtig geile Aufnahmen. Jetzt geht das jetzt noch weiter vorne. Dammtadamtadam. 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 Hahahaha. Ah, hab ich schon auch noch. Ja, Freunde. Das ist doch Bescheid, ne? Schön vor sich. Lusifo! Das ist aber schon extrem gesund, wie wir leben jetzt hier. Wir gönnen uns jetzt hier, G steht für Gönnen, wir gönnen jedem alles und uns jetzt das leckere Essen! Freunde, haut rein! Freunde, jetzt hier, für euch, einzigartig, die Graffiti-Straße, das steht sogar da oben dran. Hori Do. Mit deiner Katze. Mit einer, mit Kätzchen. Ist sie da? Waren uns Gericht. Richard, Sie sind dabei, in Russland, vom Krankenhaus! nicht nicht sehr spektakulär das war mehr mehr als spektakulär doch jetzt jeder weiter jetzt freundet wir euch hier das kastl ja ihr habt gewählt ihr wolltet also müsst ihr jetzt auch wieder ertragen jetzt gehen wir mal gucken das ist eine riesengroße purg da vorne da ganz nach oben da geht es nicht schon wieder weg ganz nach oben müssen wir noch drauf habt ihr gehört kommt schnell verstehst vor allen dingen schnell auf der weiß ich nicht zehn meter hohen brüstung hier mindestens zehn ich mache mal ein bisschen weniger als mehr lieber alle müssen jetzt erst mal die folterkammer glauben und die stufen sind so glatte die sind so abgenutzt gewonnen ich sag mal zurück jetzt neben der taschenlampe mit wenn es so dunkel wird so So, das erste Abenteuer haben wir jetzt schon wieder gespannen. Das Reichen hat sich hier Musik gehört, die kann den Krach hier nicht ertragen, deswegen hat sie sich hier so feine Puppel. Ein bisschen Glück, die sind nicht ganz so voll, habt ihr auch ein bisschen Glück und kriegt da was Schönes zu sehen. Der ist Graf Philipp. Der Graf Philipp ist auch hier, das ist der Bruder von Philipp Werner. Also gehört er zu Georginas Bande. So, jetzt müssen wir hier nur die Leute vertreiben, damit wir hier ein gutes Foto machen können. Okay, jetzt warte, jetzt gleich. Ich sperr hier den Weg so lange. Mach schnell. Das ist immer ganz wichtig, Nummer 15 ist Toilette. Das ist immer gut zu wissen. Ja, pass auf, geht's reichen. Und da ist ein Rotkohlbaum. Nein, die sind ganz neu. Oh, das sieht aber schön aus. Guck mal, Lost Place. Freunde, für euch, extra hier, alte Burg. Oh, das sieht aber schick aus. Ja, ist ja auch. Da die Ecke auch. Da. Hier kann man hier, probauch. Ist er da. Hier ist das. Man darf hier aber nicht machen. Hier war früher, ja, hier war das Glöcke. Zack. Hast hier gesessen. Patsch. Zack. Mit Wasserspülung hast du direkt gekriegt. Wurde aber arschkalt, kann man nur sagen. Häschen. Häschen lassen wir. Häschen lassen wir. Häschen lassen wir. Ja, wir kriegen gleich noch die Folterkammer zu sehen, Freunde. Folterkammer ist immer gut. Ein guter Hut, der steht mir gut. Jetzt Häschen hört immer alles und erzählt dann immer alles. Jetzt gehen wir in die Freundschaftskammer von Adrian. Mal gucken. Sieht cool aus, habe ich bekommen. So, jetzt, Freunde. Und hier, da, einmal, zweimal, dreimal, war ich die Gemeinschaft zu retten, oder was? Jetzt aber dreimal durchatmen. Ja, wie schön. Hast du gehört? Ja, wie schön. Ja, komm mal, ey, pass was auf, ey. Na, hier sind ja hohe Mauern und Beton. Ja, aber so weit von todesmutig jetzt, ne? Ne, das ist kein Scherz. Ach, wir sind doch gar nicht auf der höchste Turmkätzchen. Mal kommen da Kätzchen. Da ist der ganz hohe. Cool. Ich muss nichts dazu sagen, ne? Oh, guck mal, wie schön da ist. Hm. Ja, könnt ihr euch noch daran erinnern, Freunde? In den letzten City Urbex-Video, als wir hier waren in Gent, haben wir da unten gestanden. Ja, das ist ein Scherz, das ist ein Scherz. Ich zal ihm auch fangen. Kommt her fornic Ja, das ist ein Scherz. Was ist das? Was ist das? Viel Spaß! Was ist das? 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 Was ist das?